Nein! Dieser Lukas. Nein! Ein neues Rottenjunk. Okay. Ich bin wieder da. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und bitte verlass uns jetzt. Guck. Lass mich über den Wurm. Nein! Drei. Zwei. Eins. Eigentlich verstehst du das nicht. Der ist das Ding. Der Charakter ist das Wurmfutter auf. Und dann kommt auf einmal ein Wurm oder was? Nein, das ist Wurmköder. Genau. Du legst das aus und der Wurm kommt. Genau, so könnte man es ja. Okay, kann ich? Ist da noch ein Pilz hier auf das? Ja, dort oben ist ein Pilz. Ja, kannst du. Oh, da drüben kommt er schon. Wie er sich entknäuelt. Oh! Oh, Shadow. Ist mich verarscht. Oh nein, jetzt habe ich den Trank geschluckt. Ich habe ihn schon tödlich verletzt. Oh, das gibt Damage. Oh Gott! Oh Gott! Da gehe ich noch nicht runter. Jetzt. Ah, der Schwanz! Oh! Der Schwanz! Oh, der will mich, Alter. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Kommt er? Ja, nein. Oh Gott! Oh Gott! Stell dir mal vor, jetzt werde PvP an. Der bleibt schon tot. Das können wir ja mal machen. Dämonit! Hey, mit den Granaten kannst du auch die Big Eater da loswerden. Rammus taunt! Oh, klappt das. Und jetzt meine letzte Granate, was sie treffen ist. Nein. Wer fährt, wenn er da ist. Da kommt er! Ich hätte das mit dem mitspielen müssen wir dann mal nach der Aufnahme uns probieren. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Ah! Tschö, Animo! Hier hat dort oben Schnee platziert. Ich? Kommst dir jetzt kurz vor. Cool vor. Ja, bin ich noch cool wegen... Hast du nicht meine Yolo... Hast du nicht meine Yolo-Brille gesehen? Was heißt eigentlich Yolo? You're only live once. Okay. Weil's weg bin ich noch fragt. Ich... Ich... Ja... Wir erwarten die Ankunft des Eaters. Toni! Ein schadlos Ende gemacht. Lasse! Lasse! Nein, ich werd zu langsam. Ja, mach doch mehr draus, ey. Was denn? Ist doch easy. Wie viel haben wir denn jetzt? So drei? Dann passiert wenigstens noch ein bisschen mehr, wenn wir mehr haben. Oh ja. Aua! Okay. Einer noch. Der da! Tötet ihn! Der ist weg! Kam, 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 kam! Keiner braucht ein Herz? So. Ich kann das nicht aufnehmen. Jopp! Billy, sammelst du wieder alles? So. Ja, Alexander. So weiss, wir sehen uns! Worm Tooth? Worm Zähne? Droppt er auch? Ja, ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Das kann uns bestimmt der Guide sagen. Oh, ist das ok? Dann geh ich weg, ne? Hat jemand von euch eigentlich nen Hammer? Ja, ich. Ja, so gesehen sind wir jetzt hier fertig. Ich würd gern mein Wett wieder mitnehmen. Sput. Na, hast du noch für nen neuen? Du sagst, Lukas, hast du nen Hammer? Ne, ich hab ihn nur für nen neuen. Schau mal gleich mal, was machen wir sagen. Warte mal, wo ist ein... äh, Lukas? Nein! Hast du dein Verständnis fürs nächste Mal? Äh, gut. Lukas, sag mir, was man aus Worm Zähne machen kann. Äh, äh, äh... Der Lukas hier ist viel aussagekräftig. Ah, unholy error. Hm, okay. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Stecks. Es gibt schonmal ein Steck für jeden. An Dämonite. Yay! Und zwölf, dann haben wir noch zwölf, so. Und neunundneunundneunzig und siebenundfünfzig Shadowscales. Gucken wir also schonmal durch fünf Teilen, was wir da bis jetzt haben. Äh, also die Shadowscales reichen vollkommen. Da brauchen wir ungefähr anderthalb Stacks für alles. Okay. Ähm, das restliche Puder und die Wartenschrank lege ich in die Gemeinschaftskiste, die kann man dann fürs nächste Mal benutzen. Okay. Das Problem ist halt wirklich, ähm, das Dämonite, das ist halt am schwierigsten, ne? Ich hätte das Geld gekriegt so schnell. Na gut, schwierig, eher ne Sache der... Ja, du musst halt länger fahren. Können wir uns ja aufteilen. Wir können ja auch mehrere gleichzeitig beschwören. Ich teile schon mal aus. Nein, das geht nicht, weil wenn du zweimal Worm tust, äh, Worm Food einsetzt, dann kriegt der Nutzer 10.000 Damage. Aber wir haben glaube ich schon, also wir haben schon fast die Hälfte von dem, was wir brauchen. Nein, ich halte, wir machen es ganz einfach. Wir holen, wir machen uns noch, ähm, Eye of Cthulhu und dann beschwören wir den gleichzeitig zum Worm. Das wäre ne Möglichkeit. Haben wir mal auf ne alten Map gemacht, da haben wir einfach ne Hardcore-Mode gemacht, da sind alle Bosse auf einmal gekommen. Das können wir überlegen am Ende zu machen. Zum Abschluss sozusagen. Welcher Affe für Blinko zieht es hier rein? Ja, da. 12 durch 5. Okay, 2,4 für jeden. Ich möchte aber auch meine 2,4 haben, Tony. Aber ganz genau. Worm. Worm. Äh, woher habe ich denn so viele Laser-Healing-Potions? Witz auf einmal wieder. Ach, hier habe ich wieder von irgendjemand von euch. Ne, vom Boss. Ach, der droppt ja auch. Am Ende. Okay. Bin auch vorbei. Hetzt mich nicht, ich bin kein D-Zug. Nella, du Sack. So, ich weiß gar nicht, ob ich das noch brauche, aber ich lege es einfach mal. Oh mein Gott. Was wird denn da? Die scheiß Kiste ist zu klein. Ach, darf ich den Intrigieren ziehen? Alter, da gibt es Blumen? Ne. Nein. Oh, jetzt muss ich heute echt auf den Sack gehen. Das will er. Ja. Und der ist anscheinend erfolgreich. Boah, ich nehme mal die Edelsteine dann raus und tue die in die andere Kiste und suchen mein Kind Platz. Hm. Wäre besser so. Ja. Entschuldigung. Hm. Alex, gehst mal auf die Nüsse. Schneller. Arbeiter schneller. Los, Schattel, mach mit. Ich muss mich auspeitschen oder was. Wir können eigentlich die Türen wieder aufmachen. Nein, die bleiben verschlossen. So, dann tue ich die Edelsteine wieder rein damit. Dann haben wir wieder Platz mit drin. Mein Gott. Das ist die richtige Anrede für mich. Ja. Jetzt habe ich die Macht. Ich habe die Macht über die Kiste. Oh, Verrücker. Fühle dich glücklich. Boah, wir hatten da zugemacht. Vielleicht fällt da mal einer rein. Okay, also mein Dämonit reicht aus für den Brustpreis. Wie, hast du schon wieder dir zu viel gegeben? Hast du es auf 5 aufgeteilt oder auf 4? Ja. Ich habe das alles durch 5 geteilt. Okay. Warum? Warte, ich habe da noch was in der Kiste, glaube ich. Jetzt ist es schon drauf, lol. Alex. Stimmt, ich könnte auch noch ein bisschen Dämonit übrig haben. Wie das? Ach. 2. Na ja, egal. So. Wo macht man sich da jetzt noch? Ohne, du hast Dämonit von mir. Hä? Alter, ein Dämonit fehlt mir. Gib's mir nicht. Für was? Dass ich noch ein Bad machen kann. Warte, ich habe noch einen. Werf mal hoch. Was mache ich jetzt aus den Shadow Scales? Schau mal gleich mal. Das, das ist Teamarbeit. Was brauchst du für die Rüstung und so? Ih, hässlich. Crafting. Sag mir doch mal. Erstmal einen Burg bauen. Shadow Scale... Scale Male. Okay, kundig mich. Das brauchst du für alles. Boah, der Helm sieht geil aus. Ich habe mir jetzt Schwert und Spitzhacke gemacht, damit ich das, der Stall dort abbauen kann. Der Breaker? Ist das das Schwert? Ne, der, ähm, nein, 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 nein. Es, es gibt eine Axt, ein Hammer und ein Schwert. Das ist der Hammer. Hm. Ich kann mir gar kein Schwert machen. Achso, du brauchst mal noch irgendwas anderes. Doch, das ist, das ist ordentlich. Der Hammer, äh, den Ha... Die Axt kannst du als Kampfwaffe und als Holzhacken-Axt nehmen. Hm, sieben... Holzhacken-Axt. Oh, ist noch ne Reihe, die ist noch ne Reihe drinne. Die nehm ich mir einfach mal. Die Spitzhacke wär natürlich auch nicht schlecht. Das braucht man für alles. Shadow Scale. Shadow Scale braucht man halt bloß für die Rüstung. Shadow ist halt wichtig. Oh ja. Ne, Shadow Scale braucht man auch für... Für die Spitzhacke zum Beispiel. Ja. Dann braucht man vielleicht noch Eisen für das Schwert. Mein Schwert ist sogar kurz verzaubert. Das gefällt mir. Warum kann ich kein Schwert machen? Light's Bane. Das ist das Schwert. Da, dann kann ich mir... Äh, du brauchst bloß dafür Dämoni-Bane Shadow. Keine Skull. Keine Skull. Das Schwert machst bloß aus Bane. Oh, das würde mehr bringen, wenn ich mir keine Rüstung mache. Das ist cool. Sag mal meinen Helm. Achso, ich brauch erst... hm. Einen Ort, wo ich das machen kann. Lass'n Stern, lass'n Stern, lass'n Stern. Nein? Nein! Juhuuun... Mhmm. War Axs of the Night... Da brauche ich jetzt eines von euren Teilen, glaube ich, so einen Anvil, um es zu machen. Einen schon in der Scheibe. Oh yeah. Oh geil. Jetzt noch den. Oh, die spielen ja glücklich. Vorerst. Bam. Affektisch. Braucht jemand eine Silberrüstung? Einen Eisenhelm? Ich gerne. Dann kriegst du. Alles dem Lukas. Braucht jemand ein Silberbreitschwert? Ich hab Gold. Ich hab Dämoni. Ich hab auch Dämoni. Ach, ihr seid schon wieder ganz da drüben. Oh je, Mini. Lukas, welcher Stock ist Deiner? Der Ober? Äh, der Untertoni sein. Äh, eins höher. Das. Okay, dann tu ich mal da das rein. Jetzt hab ich mir umsonst ein Goldschwert gemacht. Ich geh kratzen. Wieso umsonst? Ja, vor dem Bossen hab ich mir ein Goldschwert gemacht. Keiner braucht ein Silberbreitschwert. Okay. Schade, dass ich die Rohstoffe nicht mehr zurückkomme. Aber Geld. Neun Silber? Neun Silber? Oh ja. Weiß nicht, wa? Der hat mir mehr gebracht als hier ne Rüstung. Weil ich schon Silber hab. Ey! 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 Ihr seid Luschen. Soll ich meine Cousins holen? Ihr seid beide Luschen. Hier, das ist. Alter, wir sehen gleich aus. Da hast du dir die Axt gemacht. Oh ja. Weil die stylischer ist als so ein kleines Schwertchen da. Du bist die cool, Shadow. So. Noch besser gerüstet für den Kampf. Leider hab ich kein Zeug mehr für die Spitzhacke. Dann gehen wir jetzt in die koopischen Farmen, oder? Würde ich sagen. Also ich wär dabei. Ich will werden kämpfen. Spitzhacke hat jeder? Nicht... Äh... Nein, ich hab keine Spitzhacke. Ich hab ne normale. Was reichen. Dann...